Hallo YouTube und willkommen zu diesem Video. Der zweite Auslösung jetzt zu Demon King Daimau, das erste Volume. Hier sind die Lose und ich mich jetzt mal ordentlich durch. Und hier hat gewonnen der Lars G. Herzlichen Glückwunsch, viel Spaß mit deinem Gewinn. An alle anderen, die nicht gewonnen haben, viel Glück das nächste Mal, was es doch hoffentlich mal geben wird. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.